Ein wahrer Ninja. Hallo Björn. Ui, was ist denn mit deinem Bein los? Es klemmt ja hinter deinem Kopf. Das ist eine orientalische Gymnastik. Ich bin auf dem Weg, ein großer Meister zu werden. Und vielleicht sogar ein Ninja. Ninjas sind große Krieger aus alter Zeit. Sie können mit einem Schlag sogar Holzbretter zerbrechen. Wow, ich habe immer geträumt, ein alter großer Krieger zu werden. Vergiss die Brettchen. Ich werde jetzt mit einem Schlag diesen Baum zerbrechen. Ja. Ui, ja. Hey Bucky, was ist denn hier los? Ist alles in Ordnung? Kann ich dir denn vielleicht irgendwie helfen? Ich wollte wie ein Ninja den Baum mit einem Schlag zerhacken. Es war höchstwahrscheinlich der falsche Baum. Natürlich. Man muss einfach die richtigen Bäume finden. Tja, den Pfeil kann ich nicht mit einem Schlag zerbrechen. Ein falscher Pfeil ist das. Den muss man korrigieren. Das geht nicht. Und das auch nicht. Das auch nicht. Hier ist sie. So, jetzt ist es besser. Eine ganz andere Sache. Ja, mit der Kettensäge werde ich der Super Ninja. Erstmals der große alte Ninja Bucky aus alter Zeit. Mit seinen herausragenden Vorführungen da hinten im Wald. Guten Tag, Franny und Björn und unsere hochverehrten Freunde. Ich bin ein Ninja. Ein einfacher Ninja aus alter Zeit. Jetzt werde ich euch meine Meisterübungen zeigen. Bucky, der Baum ist sehr groß. Vielleicht lieber nicht. Alles okay. Dieser Baum ist richtig. Ich habe die Bäume wohl mehr als nötig angesägt. Ich habe die Bäume wohl mehr als nötig angesägt. Jetzt wollen sie das Gleiche mit mir tun. Oh! 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 Nja! 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 Franny, du? Naja, ich hab ein bisschen trainiert. Ich kann's euch zeigen. Ha! Hu! Ha! Hu! Das ist ja die Technik! Ha! Hu! Ha! Hu! So, das ist doch die echte Form. Hey, Franny! Und wann können wir Ziegelsteine zerschlagen? Weitermachen, Bucky! Weitermachen! Der beste Ort in der Welt. Oh, hallo Björn! Also, das gehört zusammen. Prima! Und fertig! Bucky, gehen wir zusammen Schmetterlinge fangen? Oh! Was hast du da? Das ist ein Teleporter. Er kann uns an einen x-beliebigen Ort der Erde gelangen lassen. Wow! Wo möchtest du hin? Auf die Wiese. Schmetterlinge fangen. Gibt's da nichts Interessantes für dich? Denk einfach nur an den ungewöhnlichsten Ort der ganzen Welt. Jetzt den Knopf drücken. Was macht ihr beiden denn da? Huch! Verschwunden! Björn, wo sind wir? Das ist der Nordpol. Und das ist das Nordlicht. Wow! Der ungewöhnlichste Ort der Erde. Wann geht die Sonne auf? Ich will hier alles betrachten. Die Sonne geht auf in... äh... acht Monaten. Acht Monate ohne Sonne? Nein! Fliegen wir an einen anderen Ort. Also, es muss ein Ort mit viel Sonne sein. Es muss ein Ort mit viel Sonne sein. Das ist großartig! Und so wollte ich das! So warm! Und so hell! Juhu! Wow! Wow! Hoppla! Juhu! 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 Klasse! Puh! So eine Hitze! Björn, hast du was zu trinken dabei? Nein! Das ist doch die Wüste! hier gibt es kein Wasser. Kein Wasser? So geht das nicht. Nein, fliegen wir weiter. Dorthin, wo es Wasser gibt. Ui! Wozu so viel Wasser? Was ist denn das? Ich glaube, es ist ein Haifisch. Kein Haifisch? Kein Haifisch, bitte. Kein Wasser. Fliegen wir dorthin, wo es trocken ist. Oh nein, den Vulkan habe ich nicht gewollt. Was ist denn das? Ein Meerumgeheuer. Nein, fliegen wir dann. Warte, dorthin, wo es ... Schneller Björn! Oh bitte! Also wo es immer gut ist. Wo sind wir? Hier ist der beste Ort der Welt. Ja, und alles ist wie bei uns zu Hause. Aber nein, es ist ganz anders hier. Zu Hause ist alles so gewöhnlich und hier ist es so ungewöhnlich. Schau mal, was für eine schöne Wiese. Jungs! Wo wart ihr denn? Franny? Was machst du hier? Ich warte auf euch. Ihr seid verschwunden und wir wollten doch auf die Wiese gehen. Franny! Es freut mich so, dich wiederzusehen. Bucky, das ist doch unser Zuhause. Das ich selbst. Ich dachte, ich bin an den schönsten Ort der Welt gelangt. Das ist doch der schönste Ort auf der ganzen Welt. Zuhause ist es immer am schönsten. Oh, so ein großer! Warte, warte! Lass mich! Hey Björn! Komm von der anderen Seite! Ich hab ihn! Drachensieger! Es war einmal in einem fernen, sehr fernen Wald. Da machten sich zwei stolze und tapfer Ritter auf den Weg, um eine schöne Prinzessin von einem schrecklichen Drachen zu befreien. Sie hießen Sir Buckminster Bärenherz und Sir Björnus. Aha! Hier die Drachenspuren. Die schöne Prinzessin lebte tief im Wald, in einem einsamen und verlassenen Turm, der Tag und Nacht von einem sehr gefährlichen Drachen bewacht wurde. Hilfe! Hat mich jemand! Schrie die Prinzessin mit voller Kraft und unserer Helden beschlossen zu handeln. Ich werde eine Belagerungsmaschine bauen und du gehst von hinten und zauberst einen Regen. Nein! Lass uns lieber eine Grube graben und den Drachen hineinlocken. Dafür haben wir keine Zeit! Wir müssen handeln! So! Und jetzt hoch damit! Und dann wird es ein Katapult! Lass es regnen! Lass es regnen! Lass es regnen! Lass es regnen! Bitte, bitte! Lass es regnen! Ui! Was ist denn? Wo kommt der Fisch her? Wo ist denn meine Waffe hin? Ui! Sir Buckminster, das war in Versehen. Verzeihung. Sir Bjornos, zaubere mir dafür einen Speer. Moment, Moment. Sofort, sofort. Knüppelos, verwandlungos. Au, 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 au. Alles hört aus meinem Kommando. Zurückziehen! Woher kommt diese Grube? Das hab ich gemacht. Das ist keine Grube, sondern eine Falle. Für den Drachen. Obi, frisst der uns jetzt auf? Aber was? Was machst du? Wirst du uns nicht aufressen? Ich dachte schon, wir wären jetzt bald tot. Wie schön, dass mein Drache euch beide gerettet hat. Prinzessin, wir dachten, dass Sie es waren, die wir retten sollten. Sie schrien doch so laut um Hilfe. Ja, doch, ich brauche Hilfe. Mein Drache hat nämlich einen Dorn in der Pfote. Und ich kann ihn nicht herausholen. Selbstverständlich helfen wir Ihnen hoch, verehrte Prinzessin. Sir Bjornos, helfen Sie. Oh, au, 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 au. Und da haben Sie ein großes Fest veranstaltet. So endet diese abenteuerliche Geschichte. Großartig! Lass uns Ritter spielen. Ich werde Sir Bärenherz sein. Und ich werde Sir Bionus sein, der große Zauberer. Dann bin ich die Prinzessin. Ja, Mädchen, spiel nicht mit. Dann werde ich euch keine Bücher mehr vorlesen. Nun gut, du wirst die Prinzessin des Roten Mondes sein. Vorwärts! Abenteuer warten jetzt auf uns. Zaubertricks mit Auflösung Hallo, Bucky. Was machst du? Ich repariere mein Erinnerungsgerät. Bucky, willst du einen Trick sehen? Mach schon. Denk dir eine Zahl zwischen 1 und 10 und ich werde sie erraten. Ich habe eine. Es ist die... 1. Nein! Hm. Dann also die 2. Nein, keine 2. Hallo, Jungs. Was macht ihr? Du hast an die falsche Zahl gedacht. Dein Trick ist nur falsch und schlecht. Nein, alles ist richtig. Ich kann deine Gedanken erraten. Das nennt man Telepathie. Und weißt du denn, wievielten wir heute haben? Den dritten. Du hast zumindest an den dritten gedacht. Falsch erraten. Nein, ich meinte auch das, was heute passieren wird. Ich weiß, was heute passieren wird. Im Norden lernt man uns, die Zukunft, Raya, zu sagen. Ich sehe... Ich sehe die Zukunft. Bucky, du reparierst die Zeit. Die Zeit? Meinst du mein Gerät? Aber klar, ich habe es schon heute Morgen repariert. Ich sehe... Ich sehe... 4. Du hast heute Morgen an eine 4 gedacht. An eine 4? Ja, heute Morgen so gegen 9 Uhr. Nein! Das habe ich doch gewusst. Aber jetzt... Jetzt kommt mein Haupttrick. Aber ich brauche etwas Zeit, um ihn vorzubereiten. Jetzt wird Bucky einen Gegenstand nehmen. Und ich werde ihn mit verbundenen Augen erraten. Hm... Ich sehe... Ich sehe... Einen Aufhänger. Nein, nein, nein. Das ist kein Aufhänger. Ja, ich sehe... Ich sehe... Ähm... Einen Topf. Nein, nein. Es ist ein Stiefel. Ein Stiefel. Ja, es ist ein Stiefel. Großartig. Großartig. Wie ist das? Nur möglich? Wie hast du das erraten? Telepathie. Nee, warte. Was habe ich jetzt? Hm... Ein Aufhänger? Ja, ganz sicher. Wer piepst da bei dir? Niemand. Das Küken ist nicht hier. Das bildest du dir an. Aha, das ist also ein Schwindel und keine Telepathie. Das Küken hat es dir vorgesagt. Na und? Versuch doch selbst mal Tricks zu zeigen. Kein Problem. Jungs, wisst ihr etwa nicht, was heute passieren wird? Doch, heute wird der Zauberkünstler Bucky der Große auftreten. Zum ersten Mal auf die Bühne kommt der Zauberer Bucky der Große. Bekannt auch als der Bescheidene. Und jetzt alle Achtung. Hokus, pokus. Hokus, pokus. Bravo, bravo, Zuggade. Wie hast du das gemacht? Bravo. Zeig's uns nochmal. Achtung. Hokus, pokus. Hokus, pokus. Aha, das war gar keine Zauberei. Du hast uns betrogen. Wer sagt das? Jungs, Jungs. Ich möchte euch auch einen Trick zeigen. Du? Einen Trick? Na bitte. Erstaune uns. Moment. Moment. Es geht gleich los. Drei, zwei, eins. Was ist das? Was ist passiert? Oh, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Bring uns das Licht zurück. Schon gut, schon gut. Beruhigt euch. Habt ihr etwa nichts von der Sonnenfinsternis gehört? Wovon? Heute ist der Tag, an dem der Mond zwischen der Sonne und der Erde hindurch geht und die Sonnenscheibe bedeckt. Hat man im Fernsehen gesagt. Na sowas, das wusste ich nicht. Gatti, heute Morgen. Hast du an die fünf gedacht? Nein. Dann sieben. Ja, die sieben. Falsch. Auch nicht. Hokus, pokus. Ich will wieder klein werden. Und ich sage euch, dass die Trolle wohl existieren. Was du nicht sagst. Sie sind groß wie ein Berg. Und sie sind schrecklich böse, Franny. Warum isst du die Kirschen nicht? Magst du sie nicht? Doch, doch. Aber ich kann sie nicht erreichen. Na klar. Und einem Troll reicht dieser Baum nur bis an die Knie. Immer das Gleiche mit euch. Irgendwelche Trolle sind für euch wichtiger als ich. Aber Franny, du bist natürlich wichtiger. Denn Trolle gibt es nicht. Aber du existierst. Oh, Franny. Ich weiß schon, wie ich dir helfen kann. Wir machen jetzt für Franny in meinem Labor eine Superleiter. Klasse. Vorwärts. Den Kleinen ist der Eintritt leider untersagt. Es gibt da eine Schaukel für dich. Wir beeilen uns. Na ja, es ist wie immer. Ich will nicht klein sein. Ich will nicht viel. Wir haben das, was wir sehen. 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 Schau mal, der Vergrößerer ist fertig. Franny, wo bist du? Die Trolle haben sie gefressen. Sie ist bestimmt irgendwo im Wald spazieren. Diese Mädchen. Komm, wir gehen. Ein Vergrößerer? Sehr interessant. Und damit werde ich jetzt groß? Troll, was ist mit mir los? Wo kann sie nur sein? Das ist ein typisches Mädchen, sage ich dir. Das ist ein Troll. Ich bin kein Troll. Ich bin Franny. Troll! Ah! Franny? Bist du es? So, du hast also den Vergrößerer ohne Erlaubnis genutzt. Ich wollte doch nur groß werden, damit er mich auch bemerkt. Tja, jetzt bist du schwer zu übersehen. Franny sei doch nicht verstimmt. Wir werden uns was einfallen lassen. Ich will wieder klein sein wie früher. Ich will nicht mehr groß sein. Ich will nicht groß werden. Franny? Franny, hör zu. Ab jetzt wirst du nicht mehr klein sein. Los, Bucky. Zeig dir jetzt unser Geschenk. Nein, den Vergrößerer brauche ich nicht. Vergiss den Vergrößerer. Hier, jetzt hast du endlich eine Superleiter. Habt ihr etwa für mich die Leiter gemacht? Leiter? Das ist keine einfache Leiter. Das ist eine Superleiter. Aus Superholz und Supernägeln. Und ähm... Stimmt. Jetzt kannst du auch mit uns Kirschen sammeln gehen. Wollen wir gehen? Und ich sage dir, dass die Trolle doch existieren. Aha. Dad nur noch, dass sie einen ganzen Baum aus der Erde herausreißen können. Ja, das können sie. Jungs, ihr seid einfach die Besten. Küken und Dinosaurier. Ha. Hurra. Bucky, so jetzt bist du dran. Los, los, los. Na, nein. Hey. Pfui. Wieder, wieder fehlt. Ei, 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 ei. Ah, ja. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Hurra, hurra. Ich hab alle Kegel getroffen. Juhu. Hurra. Björn hat getroffen. Bucky, jetzt bist du dran. Ach. Bucky, das ist kein Stein. Ui, was macht der nun? Alle, ausfassen. Tada. Was ist das? Hab ich gefunden. Es wird mein Ball fürs Bowling sein. Genau, was ich brauche. Jetzt werde ich alle Kegel treffen. Bucky, das ist kein Stein. Das ist ein Ei. So ein großes? Und was wird daraus wohl schlüpfen? Wenn man es nicht ausbrütet, dann schlüpft niemand raus. Deswegen muss man sich drum kümmern. Ausbrüten, sagst du? Kücken, hast du gehört? Ausbrüten. Björn, wie lange muss man warten? Nicht mehr als... fünf Stunden. Bis zum nächsten Mal. Was ist? Was sagt es? Was ist da los? Das Küken sagt, da draußen ist ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier? Genauer gesagt ist es kein Dinosaurier, sondern ein Pterodactylus. Jungs, Jungs, er hat das Küken entführt. Also, wir werden ihn fangen und totschlagen. Retten wir unser Küken. Wo ist meine Fliegenklatsche? Nein, wir müssen versuchen, das Küken gegen irgendwelches Essen zu tauschen, solange er es noch nicht aufgefressen hat. Wo ist dieser Dinosaurier? Oder wie heißt er? Pterodactylus, wo ist er? Komm schon her! Ich bitte zu Tisch. Wir haben die leckersten Speisen extra für Dinosaurier. Jungs, schaut mal nach oben! Das glaube ich nicht. Oh! Oh! Björn, sag mir, warum reitet unser Küken den Dinosaurier? Weiß ich nicht, Bucky. Sie scheinen sich angefreundet zu haben. Vielleicht wird er uns auch mal reiten lassen. Juhu! Ja! Juhu! Von Hattel! Juhu! Ja! Juhu! Juhu! Es ist höchste Zeit für unseren Freund, wegzufliegen. Komm uns bald wieder besuchen. Tschüss. Vergiss nicht, uns zu besuchen. Bucky, und wo hast du das Ei gefunden? Im Wald, wo es auch noch andere Eier gibt. Oh, lass uns noch ein Ei holen. Und das Küken brütet noch ein Dinosaurier aus. Expedition in den Norden. Ach, wie schön. Großartig. Heiß ist es. Wirklich sehr schön. Finde ich auch. So heiß. So schön. Ausgezeichnet. Zu heiß. Björn, was ist? Natürlich ist es heiß. Es ist doch Sommer. Bei uns im Norden ist immer Winter. Einfach schön. Der Schnee liegt überall. Eisberge. Björn, möchtest du nicht in den Norden fahren? Warum denn nicht, Björn? Eine Expedition in den Norden. Der Norden ist sehr weit von hier. Und ich bin nicht vorbereitet. Wir werden dich schon vorbereiten, ja. Weißt du, Björn, der Norden ist noch viel kälter und viel gefährlicher geworden in der letzten Zeit. Du brauchst warme Kleidungsstücke, eine Mütze, Handschuhe und Ski- und Schutzcreme. Du brauchst Essen? Ja, das alles braucht man oben im Norden. Hör mal, Bucky. Vielleicht bleibe ich lieber hier. Hab keine Angst. Ja, und ohne Vorbereitung lasse ich dich nicht fahren. Ja, das alles braucht man oben im Norden. Also, hiermit stelle ich euch ganz persönlich den S-Super-Trainingsplatz für die Expedition in den Norden vor. Wow! Vielleicht übe ich später ein bisschen. Auf die Plätze. Fertig los! Schneesturm! Schneesturm! Eisberge! Was ist denn das? Weiß ich auch nicht. Im Norden ist alles möglich. Dort gibt es viele. Schneeberge! Bucky, ich würde wirklich lieber zu Hause bleiben und keine Expedition machen. Hab keine Angst. Du bist jetzt völlig bereit für eine erfolgreiche und sichere Expedition. Ich gehe. Lebt wohl. Ja, und viel Glück! Also, dann auf Wiedersehen. Adieu, mein Freund! Björn, vielleicht bleibst du doch hier. Darf ich denn hierbleiben? Aber natürlich, Björn, was gibt es schon im Norden, was wir hier nicht haben? Schau, wir haben Eisberge, Schnee, Pinguine. Das haben wir jetzt auch alles. Genau wie im Norden. Du brauchst nicht zu fahren. Ich wollte auch eigentlich gar nicht weg von hier. Hurra! Björn bleibt bei uns! Denn wir haben den wahren Norden hier. Wir haben sogar einen Pinguin. Bucky, bei uns im Norden gibt es aber keine Pinguine. Bucky, bei uns im Norden gibt es aber keine Pinguine.